Willkommen zurück zu euren Folge Miene Graf, das ist Folge 754. Wir farmen heute weiter Holz, denn wir machen einmal jetzt alle Bäume da platt, die ich gepflanzt habe. Also, wir werden ein bisschen Spaß mit Holz haben. Das heißt, wir fangen auch tatsächlich... Ne, wir fangen hier vorne wieder an. Komm. Da kann nämlich der andere Baum auch wachsen, eventuell. So, vier Stacks erwarte ich auf jeden Fall. Und vorher brauche ich gar nicht... Gar nicht zu gucken. Hallo, lasst mich da dran, Dankeschön. Da, wir nehmen auch ganz gerne alles mit. Also, jeden Block, den wir kriegen können, nehmen wir mit. Und ja, das ist ja wunderbar. So, guck hier, alles, alles schöner halt. Was haben wir denn schon hier? 37 plus halt die anderen. Also, das ist auf jeden Fall sehr schön, was man da kriegt. Das hier ist auch wunderbar. Hier sind auch Bäume direkt nebeneinander gewachsen. Das hier, guck mal hier. Das ist hier, ist ja ein Träumelein. Hier nehmen wir natürlich auch diese Hölzer mit. Das ist ja klar, ne. Das ist klar, dass wir alles mitnehmen. Und hier, die auch noch... Und hier, das wunderbar auch. Sehr schön. Die nehmen wir auch gerne mit. Guck mal, noch keinen Sapling eingesammelt hier. Das ist doch hier verrückt. Aber ich meine, dafür haben wir schon... Weiß sechs Holz. Jo, das ist gut. Jetzt haben wir die ersten Saplings. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und so, jetzt geht es erstmal runter und geht weiter ab. Weiter mit dem Ernten hier. Hier, lustig. Es sind einfach zwei Stück nebeneinander gewachsen hier. Noch einen, Dankeschön. Hier sind auch wieder zwei, sogar drei Stück direkt nebeneinander. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Super, super, super. Hier, den nehmen wir auch mit natürlich. Das ist doch... Das ist doch logisch. Das ist doch sehr logisch hier. Also so zwei Stacks müsste ich auf jeden Fall hier nachher raus haben an Sepplings. Damit sich das Ganze auch gerendiert hat an Sepplings halt her. So. Können wir mal gucken, kurz... Wenn wir schon dabei sind. Äh, ne, so. Und... So. Ein super, ein Screenshot. Da wisst ihr nämlich genau, wann ich hier aufgenommen habe. Denn, äh... Ich habe wieder ein paar, ein bisschen was vor zu produzieren, spielten sie Wochenende nur unterwegs. Aber gut, wenn ihr das Video sieht, es ist wahrscheinlich erst Donnerstag, wenn mich nicht alles entsinnet. Und nach Donnerstag kommt dann erst der Freitag und Freitag gehe ich erst weg. Aber Donnerstag muss ich ja auch noch aufnehmen. Ne. Also, leider wird es dann Monat keinen Olde Mods geben, aber... Aber, dass sie so schlimm sind, dafür wird es Samstags ein Doppelvideo geben. Oh, guck mal, da habe ich schon wieder einen abgebaut, den ich gar nicht abbauen wollte. Und dann nehmen wir natürlich hier die hier mit. So, und wir können auch mal hier die hier mitnehmen, weil die sind eh zu viel hier. Gucken, hoffentlich decayen die dann. Super, super, super. Gucken wir mal, wie schön das ist, wenn die weg sind. Ich meine, wir haben sowieso Platz. Wir haben 36 von denen. Da also können wir die ruhig mitnehmen. Und dann geht es hier weiter mit den Bäumen. Also, das ist schon schön hier mit Haste, ne. Also, stell dir vor, wir hätten kein Haste. Ohne Haste, das wäre ja hier, boah, ein Krampf. Da wäre ich ja dreimal so lang gefühlt dran. Gucken wir mal, wir haben schon mal 1, 2, 3, 4, 5... 5 Stacks Holz in, äh... 4 Minuten. Fast. Das ist schon nicht schlecht. Hier ist alles abgeerntet. Ja, gut. Das ist okay. Und das haben wir 46 Zeptex. Und wir haben ja noch nicht alles eingesammelt. Da gibt es nochmal Holz. Genau, wunderbar. Nehmen wir mit. Hier, guck mal, hier liegt so viel, hier liegt noch mehr Sticks rum. Hier, das ist ja... Müssen wir ja auch noch mal, dass wir die Sticks demnächst aus dem Lager holen, dass wir die nicht, dass wir die nicht, äh, neu craften. Das müssen wir echt aufpassen. So, was haben wir denn? So, was haben wir denn? Ein Stack haben wir schon mal. Ein Stack haben wir schon mal. So, wir wollen natürlich jeden Zeppling mitnehmen. Wir wollen keine Ausnahme machen. Und, äh, ja. So, na gut, da kriegen wir den zweiten Stack, kriegen wir auf jeden Fall durch. Das ist, das ist schon mal nicht das Thema, glaube ich. Vor allem, wir sind ja noch ein paar Bäume, die sind ja noch gar nicht wirklich gewachsen. So wie die da hier, der gerade vor meiner Nase wächst. Das ist gut, das ist gut. Das gefällt mir richtig schön. Da ist schon wieder einer gewachsen, wir können auch gerade ernten. Damit die Blätter decayen können. Jetzt können wir gleich, jetzt können wir sagen, hier, wir nehmen unsere Baunmielfarben und beschleunigen das Ganze. Beziehungsweise gucken wir, wie viel Baunmiel, wie viel wir haben. Ey, das ist eine gute Idee. Bevor wir hier jetzt gleich rumlaufen, machen wir das. Wo, 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 wie, 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 wie. Ist egal, wie, äh, wir gehen hier runter und gucken hier, wo haben wir, wo haben wir Mobdrops, Mobdrops haben wir hier hinten. Das heißt, Knochenmehl haben wir. Ja, Knochenmehl haben wir mehr wie genug. Und das heißt, wir brauchen die auch gar nicht aktivieren, die Farm. So. Wir brauchen sie gar nicht mal aktivieren. Also, das Schöne ist ja, wir dürfen ja jetzt erstmal hier rüber wieder laufen und dürfen Manchmal ist Jumpoosh schon, diese Mischung ist echt nicht schlecht. Und dann dürfen wir erstmal hier abbauen. Damit die, also alles, was halt natürlich wächst, wächst halt natürlich, ne. Das ist ja schon klar, dass das cooler ist. Oh, Instant. So, dann wird der erstmal die Käthe. Genau, und hier auch wieder ein riesen Baum. Was haben wir denn an Holz? Ja, das ist schon, schon nicht schlecht. Das ist natürlich, den müssen wir auch noch mitnehmen, genau. Den auch mitnehmen direkt. Und es ist natürlich. Das ist auch, was haben wir noch als Fleisch? Äh, 43, 44 haben wir jetzt. Okay. Ja, dann ist das nicht schlecht. Hier sind Fledermäuser, hier ist irgendwo eine dunkle Höhle, das gefällt mir nicht. Nein, das war genau das falsche Ding. Genau, das wollte ich eigentlich nicht. Naja, wenn ich Platz hab, dann nehm ich die mit, ne. Dann nehm ich sie mit. So, hier gesammeln wir mal gerade diese Items ein. Was haben wir denn noch da? Pass auf, wir schmeißen mal die, die Blümchen, die Samen können wir auf jeden Fall rausschmeißen. Die schmeißen wir raus. Guck mal, zwei Stacks haben wir auf jeden Fall raus. Das gefällt mir schon mal sehr gut. So, wir haben ein Bett dabei. Das heißt, wir legen uns auch mal kurz schlafen. Okay, wir können noch nicht schlafen. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen abbauen. Dann bauen wir auch gerade den hier noch ab. Super. Dann kann das nämlich wieder decayen, decayen, decayen. Wunderbar. So, und der auch noch. Und dann haben wir das auch. Und den natürlich auch. Und dann haben wir die letzten Bäume gesetzt, sei schon geerntet. 3, 2, 1, und das ist meins zu sagen. Wir haben jetzt in circa 10 Minuten. Ja, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, äh, 7, 7 halb Stacks. Haben wir jetzt in 10 Minuten gemacht. So. 7, 1 halb Stacks in 10 Minuten. Das ist nicht schlecht. Der Rest kann die decayen. Ich glaube, das waren sogar alle Sepplings, die stehen. Jawohl. Das waren sogar alle Sepplings. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da oder auch ein Abo. Und bis dann. Ciao, Leute.